Gestern Abend hatte ich ein Blind Date mit einem Mädchen, das ich über eine Dating App kennengelernt habe. Das Problem war, dass sie kein Profilbild hatte, genauso wenig wie ich eins habe, aber ich halte mich für ziemlich gut aussehend. Ich machte mir aus gutem Grund also Sorgen. Was mache ich, wenn sie unattraktiv ist? Ich würde die ganze Nacht mit ihr rumhängen müssen. Nun, wie sich herausstellt, gibt es dafür eine App. Sie heißt Mama, geht es dir gut? Die App plant, dass dein Telefon kurz nach dem Treffen mit deinem Date klingelt. Wenn du ihn oder sie magst, dann ignorierst du den Anruf. Wenn du hingegen das Date verkürzen möchtest, kannst du mit etwas wie Mama, was ist los? Geht es dir gut? antworten. In der Beschreibung steht geschrieben, dass es jedes Mal funktioniert. Also klopfte ich an die Tür des Mädchens. Es stellte sich heraus, dass ich mir keine Sorgen hätte machen müssen. Sie war einfach nur wunderschön. Meine Augen waren in solch einem Glücksrausch wie nie zuvor. Ich konnte nicht fassen, wie schön sie war. Gerade als ich mit ihr sprechen wollte, klingelte ihr Telefon. Sie entschuldigte sich, um einen Anruf entgegenzunehmen. Mama, was ist los? Geht es dir gut? Geht es dir gut?